Olympia ist halt nun mal der Wettkampf, wo, glaube ich, eigentlich jeder Sportler irgendwo hin möchte. Und klar, bei mir kommen dann halt Erinnerungen an vergangene Olympische Spiele halt eben hoch, gerade jetzt halt Rio, es ist ja jetzt noch nicht so lang her. Und natürlich auch eine gewisse Vorfreude für die nächste Zeit und dann eventuell 2020. Schon was ganz Besonderes, weil es eben dieses Mixed jetzt das erste Mal gibt. Und es natürlich was total Besonderes ist, es mit seinem Partner schießen zu können. Und das wäre schon eine richtig coole Sache. Ja, ohne Frage. Also es wäre was ganz Besonderes. Es gibt es, also bei uns im Schießen gibt es das halt noch gar nicht. Deswegen, es wäre halt Premiere. Und klar, der Wettkampf liegt uns eigentlich. Wir hatten jetzt schon den einen oder anderen Wettkampf, wo wir uns schon beweisen konnten und auch vorne mit dabei waren. Aber es ist halt wirklich noch alles ein bisschen vage, wie das dann läuft mit Qualifikation und allem drum und dran. Aber wenn es klappt, wäre natürlich super.